Hallo Leute, euer Micha. Servus. Heute ist der große Tag der Verlosung, wo es diese drei tolle Kombipreise von mir gibt. Das haben ja eine ganze Menge Leute mitgemacht. Die Ziehungsberechtigten oder ja, die Verlosungsberechtigten, die sind hier drin in dieser Schüssel. Da werde ich jetzt nochmal gut durchmischen und ich werde auch wegschauen. So, und dann ziehen wir jetzt als erstes mal den dritten Platz. Spannung, Herr Kapellmeister, den Trommelwirbel. So, jetzt muss bloß noch aufgehen. So, und da haben wir es. Den dritten Platz bekommt der Kanal Schutzwald. Ich begebe das mal in die Lottofee, die das mal vor die Linse hält. Richtig nah ran. Noch näher. Jawohl. Okay. Also, dritter Platz. Herzlichen Glückwunsch, Kanal Schutzwald. Der bekommt ein Regeweih, diese Brillentasche, wo man am Rucksack toll festmachen kann und diesen Signalspiegel aus Edelstahl. Wir machen weiter mit dem zweiten Platz. Trot, 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 trot. Wieder wegschauen, gut mischen. So, da haben wir was. Der zweite Platz ist der Kanal Ollis Outdoor Guide. Ich übergebe an die Lottofee. Richtig nah ran. Jawohl. Prima. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Der Kanal Ollis Outdoor Guide bekommt für den dritten Platz ein Regeweih. Für den zweiten Platz. Äh, für den zweiten Platz, sorry. Ein Regeweih, diese wasserdichte Kartentasche von Ortlieb und diesen tollen Selfie-Stick, wo man dann mit einer kleinen Kamera eine tolle Selfie-Aufnahme machen kann. Ja, und nun, Leute, der absolute Hauptgewinn, die Nummer 1 unserer Verlosung oder meiner Verlosung. Rommelwirbel. Trot, 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 trot. So, da haben wir ihn. Ich bin gespannt, ihr auch. Ich denke schon. Der erste Platz geht an den Kanal Wampi. Ich übergebe wieder an den Lottofee. Wampi, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, Kanal Wampi. Du bekommst ein... Du bekommst ein tolles Regeweih, diesen taktischen Gürtel mit dieser Metallschließe vorne dran. Du bekommst diese tolle Taschenlampe, die jetzt hier im roten Blinkmodus ist. Ich schalte mal kurz um auf dauerlich. Boah, der wird zwar so richtig hell mit diesem Aufsatz hier vorne drauf, wo man dann als Diffusor das verwenden kann. Und noch einen Ersatzakku dazu. Herzlichen Glückwunsch. Leute, bis zum Nächsten. Euer Micha. Leute, kurzer Nachtrag, was ich noch vergaß. Ich hatte es im Eingangsvideo schon erwähnt. Mit den Versandbedingungen. Die drei Plätze, der Wampi, Ollis Autoguide und Kanal Schutzwald. Ihr drei schreibt mich bitte an auf meine E-Mail-Adresse. Die ist hinterlegt in meinem Profil. Und zwar unter Kanal-Info. Da steht meine E-Mail-Adresse drin. michastpfadfinderei.web.de Ich blende es auch noch mal kurz unten im Video ein. Da schreibt ihr mich bitte an. Da hinterlegt ihr bitte in der E-Mail eure richtige Adresse, euren Namen. Wo diese drei Preise hingehen sollen. Verschicken werde ich jetzt erst Ende nächster Woche. Also frühestens am Samstag oder vielleicht Montag drauf. Das wenn man tun nicht, ich warte nicht. Vorher komme ich leider nicht dazu.